Es gibt eine günstiger Alternative als den normalen Furnace. Wenn wir uns hier anschauen, es gibt den normalen Furnace, den man aus 8 Cobblestone macht. Oder es gibt alternativ den Slap-Furnace, den man aus 8 Cobblestone Slaps macht. Und da man aus 6 Cobblestone Slaps aus 3 Cobblestone kriegt, machen wir eigentlich einen Ofen aus 6 Cobblestone. Hast du schon 2 gespart? Ja. Oder wir gehen einfach in den Nether und machen uns einen Netherfurnace. Oh, dafür brauchen wir erstmal Obsidian. Ach, haben wir schnell. Bauen wir denn die Monsterfalle mal? Ähm... Wollen wir uns ja nach Süden bauen? Wird so ehrlich gesagt nach Norden bauen. W-w-w-w-w-w-w~~~ W-w-w-w-w-w-w-w-w-w... Oh, ich habe nicht so viel gekriegt, dass da hier auf einmal aufztauert. Guck mal... ...und �き reallyento-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w NEUG so 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 belohnung bekommen oder gekraftet we 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 ah she gonna move it neeeaaw neeeew Die haben schon ein Schaf und Hühner. Und ein Schwein. Auch Team Wir sind Besser. Gut dann wir zurück geflogen. Fast noch 1,30€ hab ich noch im Trank drin. Ja wir haben ja noch 0 Flasche. Ich würd grad sagen wir bauen die Waterfall einfach mal Richtung Nord. Ja. Auf wo bau ich jetzt Fitting denn alles? Itemfilter, wow das brauchst ja richtig oft. Wobei bevor ich hier erstmal weiter baue, mach ich mal den Metall erstmal leer. Guck mal wir haben ein Fischnetz. Also wenn wir darin mal irgendwann mal nen Fisch kriegen dann esse ich nen Besen. Ich könnte aber schon mal, haben wir ja schon was Gravel, das könnte ich jetzt auch mal sieben. Das ist nämlich dann mal die Quest Dust in the Wind. Wenn wir nämlich Gravel 7 bekommen, bekommen wir Broken Aluminium Ore, Quicksilver und Kohle. Und Broken Iron Ore. Also darüber bekommt man halt ziemlich viele Erze. Warte mal noch mal am besten an meine eigene Truhe für, oder? So. Ey. Blöde Tür. So. So. Die klatschen wir dann mal dahin. Ah Flint tun wir auch wieder rein. Warte mal, ist das ein Wind im Inventar? Oh. Dann haben wir noch einen Flint bekommen über das Gravel. Cool. So. So. Und dadurch, dass wir irgendwann kommen sehe, wähle ich jetzt mal hier das Wasser so zu gehen, dass er dann nicht mehr runterfallen können. Hahaha. Ich hätte ja irgendeiner wird dann irgendwann mal rausfliegen, hätte ich das jetzt nicht gemacht. Ja. Okay. Okay. Ja. 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 Aus Sun kriegen wir dann nochmal Quascht Copper Ore und nix. So. Ja. 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 Wie sie sofort alle spionieren kommen, ne? Ja. 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 Ich habe schon unser Team name. Ja. 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 Pff! Hahahaha! Wo die Hohel gelandet wird, die werden wahrscheinlich irgendwann mit einem leeren Trank vom Himmel gefallen. Oh ja! Scheiße! Warum habe ich das gesagt? So viel zu dem Thema! Hahaha! Hahaha! Hey Scheiß, wie passend kann das denn jetzt? Ich kann grad nicht mehr. Alter. Ich hoffe, dass ich es richtig geschrieben habe. Hast du noch Sitzlinge? Wenn nicht, habe ich sie in der Kiste gepackt, die oberste Kiste. Okay. Wir haben vier. Ah, hier ist noch einer. Da nehme ich jetzt mal das Baumwil und vermöge mich jetzt mal an ein paar Bäume. Ja. Ja, auch das mal. Das werden wir mal aus der Erde kommen, das wird er mal in den Ofen kriegen. Das wollen wir mal in den Ofen kriegen. Ne, die Mannen müssen noch nicht mehr in den Ofen. Echt nicht? Ne, die Mannen können wir sofort fressen. Die Silke, weil man muss immer... Ach so. Warte. Boah, weißt du was mir da auffällt? Wischu hat er doch eine verzauberte Rüstung. Ah, ich glaube, die ärgern sich ganz schön. Ah. Ich bin ehrlich, ich kann vielleicht mal heute machen werden. Ja. Aber ich würde da gerne raus, nicht so wie Zigurin so ein Ab- und-zu-Display machen. Das würde gerne... Ich würde da gerne so ein Fest-Display machen. Das ist für dich okay, oder? Ob ich kein Problem hätte. Ja, dann sprechen wir mal mit Zigurin drüber, ne? Ich bin immer gespannt, wie hier meine Leute vom... äh, von meinem Kanal das... hier ähm... wie die darauf reagieren werden. Das ich jetzt wieder mit Zigurin-Display mache. Weil du weißt ja, wie die Umstände nach dem ROT waren. Ja. Und... um das schon mal in Klasse stellen. Ich weiß, es gab da Probleme mit Zigurin und dem ROT. Es ist mir aber relativ egal. Zigurin ist immer noch ein Freund von mir. Und das wird sich auch, glaube ich, nicht so schnell ändern. Richtig so. Und wer da schon mal sofort ankommt. Nö, dann schau ich dich mehr bei dir. Tschüss, dass du da warst. Ne, ich fand das aber auch einfach nur eine total bescheuerte Situation da. Ja. Das war auch eine extrem beschissene Situation. Ohne dass der eine über ein anderes wirklich genau die Hintergründe Kante einfach zu erheben ziehen ist... toll. Vor allem, das wird sich auch gar nicht mal richtig ausgesprochen. Ja. Da muss ich aber auch sagen, das war auch von Zigurin eine dumme Idee, da nicht zu dem Gespräch zu kommen. Stimmt. Weil ich bin noch ganz ehrlich, ich glaube, es hätte auch ein bisschen mehr Motto-Unterstützung leider hier. Baker und Zigurin würden sich super verstehen, finde ich. Ja. Ups. So, machen wir nochmal was bei der Erde. Die Scheiben hier ausgebaut? Da waren gar keine Scheiben. Oh. So. Jetzt kommt mal niemand mal raus. So, die ersten Monster sind schon gespawnt in der Monster volle. Wo? Ja. Was? Ähm. Jo, dass ich erstmal nur die erste Mauer hochgezogen habe. Können sie wenigstens nicht hier hinlaufen. Wieso kommt bei mir sowas nicht, wenn ich mich reinlege? Weiß ich nicht. Ich fahre mal nach. Ich fahre mal nach. Ne, bei mir passiert nichts. Ach, da fehlt die Fenster. Ich weiß ja auch, warum man da nicht reinkommt. Jetzt zieht er mit seiner Pfanne los. So, was machst du? Ach. Ne. Na, ich komme noch nicht ran. Na, ich will noch einen Wasserstrom einbauen, dass sie hier hingetreten ist und nach hier vorne geschoben werden. Hm. Was dann nicht perfekt wäre, ist wirklich, wenn wir an die, ähm, Conveyor Builds von MindFactory Reload bekommen würden. Ja.